Servus Habederio und herzlich willkommen zum sehr stimmungsvollen Video aus dem Süden Englands, genauer gesagt aus Hastings. Ich habe letztes Jahr auf dem Roadtrip des Battle of Hastings besucht. Es ist für alle Leute, die es nicht wissen, ein BMX Event, was jährlich stattfindet und von Source BMX organisiert wird. Da wird eine Rampe mitten auf dem Strand aufgebaut, ist öffentlich zugänglich und von den Riders ist teilweise die Weltelite da. Das ist ein mega cooles Spektakel und da die Stimmung auch so mitreißend ist, weil jeder hingehen kann, habe ich jetzt im Schnitt weitestgehend auf Eingriffe verzichtet und das Ganze ziemlich raw gelassen, wenig Musik, wenige Effekte. Wir haben einfach euch durch die Kamera, durch den Laptop, durch euer Endgerät, diese Stimmung mitzugeben und wie gesagt, schauen wir uns das jetzt an. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß und es kommt rüber, wir sind echt wahr. viel Spaß und es macht drei Musik, das ist geil. ! Hier ist es! Ja, Dominik! Hier ist es! Ein High Speed! Hier ist es! Hier ist es! Hier ist es! Und hier ist es! Oh! 30 Sekunden! Hier ist es! Hier ist es! 30 Sekunden! 30 Sekunden! 30 Sekunden! Ja! 05. 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 4 4 1 Vielen Dank. Applaus Wow! I'll be dancing, too. Jason Ross up in Ohio. Yes! You're going to get down to Jason! You're going to get down to Jason! Yes! And looking at guys from the Potsuk energy rider, Ben Barberes! Wooooo! Thank you! Thank you! Yes! Das war's für heute. Was ein Viech! 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 Was ein Viech!